so ihr seht was ich hier habe ein neon flower ninja monkey und der den monkey habe ich gegen so gute offers bekommen und ich habe noch ein laien zwar nur zwei fossilex aber bei der trading lizenz zeige ich so ist auch schnell wirst du hier trade lizenz hier guckt das hier habe ich getradet das muss man mal zusammen bekommen das ist echt krass